Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Feuerwerksvideo. Heute gibt es für euch die Rothaar Cosa, der Megapirat von Fire Event. 20 Stück sind in einer Packung und wir machen mal auf. Ja, sie sehen genauso aus wie letztes Jahr. Die haben ja vollen Wumms drauf, sind eigentlich fast schon besser als A-Böller. C-Böller weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube ich hatte noch nie in meinem Leben C-Böller, ich kann mich gar nicht dran erinnern. Könnte auch schon C-Böller sein, sind halt fast so gut wie manche D-Böller auch. Können wir mal vergleichen mit dem Keller D. Ich würde sagen, wir schauen uns die mal an und viel Spaß beim Test. Rothaar Cosa, Fire Event. Die drücken noch mehr als die Keller D, sind aber ein bisschen höher vom Knall her und nicht so dumpf. Also bei denen muss man schon aufpassen, die fliegen echt ziemlich weit. Tür душ зам�ет. Feuer Talk UA Feuer知道 Böller Feuer Fortset Feuer nach Sora Feuer 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 Untertitelung des ZDF, 2020